Ein Rechtsanwalt zeigt nun den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach an. Mit den drei Vorwürfen der schweren Körperverletzung, der fahrlässigen Tötung und sogar des Mords. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Worte, wer bis März nicht geimpft oder genesen ist, der wird nicht mehr leben, also tot sein. Das, was verbreitet wurde, das war sehr verstörend, sehr, sehr verstörend. Er hat auch bei ZDF wieder gesagt, das ist nicht lange her, eine Woche, zwei vielleicht, da hat er wieder gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Bro, lass doch einfach mal los, Diggi. Also der Stream geht langsam viral hier an der Stelle, ja. Also damit seid ihr auch mitverantwortlich so, wir kreieren das hier zusammen im Stream, den ganzen Content. Deswegen geht Special Love natürlich raus an die einzig wahre Love Gang hier, an die einzig wahre Community hier auf Twitch. Ich küsse euer Herz, fühle ich feier, ich präge mich, dass wir hier zusammen echt geilen Content kreieren und ich sehe das auch wirklich als ein Miteinander, ja. Also wir machen das hier zusammen, die Videos sind teilweise von euch in den Discord reingeschickt worden. Ihr macht mich auf Themen aufmerksam, ich bringe auch hier und da mal ein Thema mit und das finde ich einfach geil. Und das wollte ich hier an der Stelle mal erwähnt haben, nur Liebe an den Chat an der Stelle, ja. Einmal Herzen rein, Herzen der Den Man für den Chat, von meiner Seite auch natürlich. Von meiner Seite natürlich gibt es auch ein paar Herzen jetzt in den Chat für euch rein. Danke für den ganzen Support, danke für die geilen Vibes, die wir hier im Chat haben. Das ist echt eine schöne Sache und wir sollten daran weiter festhalten, dass wir hier weiterhin auf Dinge reagieren, uns miteinander austauschen, uns Liebe senden gegenseitig. Damit können wir wirklich was bewegen und das tun wir gerade und da können wir alle stolz auf uns sein als Kollektiv, ja. Ich sehe uns als Community. Ich bin zwar der Streamer und ihr die Zuschauer, aber wir sind trotzdem miteinander verbunden und kreieren, wie ich schon gesagt habe, den Content zusammen. Deswegen Love auch an euch, ihr habt dazu beigetragen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann alle auch mal irgendwie im Real Life so, ja. Wir gehen jetzt direkt ins erste Video rein. Anzeige gegen Karl Lauterbach, jetzt kommt alles raus. Ich bin mal gespannt. Was ich allerdings sagen muss, ne, ich hab mir letztens eine Diskussion bei Markus Lanz reingezogen, wo Karl Lauterbach auch zu Gast war und noch drei andere Gäste. Und dann haben die sich halt hingesetzt und haben halt alle so ein bisschen auf dem Lauterbach rumgehaktet. Da muss ich ehrlich sagen, da hat er mir auch wieder ein bisschen leid getan, weil Mensch ist für mich sowieso Mensch am Ende des Tages. Der hat zwar sehr viel Scheiße gebaut und ich mag den auch nicht so für das, was er in der Öffentlichkeit verbreitet hat, so. Aber dann, dass ZDF sich und Markus Lanz sich dann so hinsetzen, als ob die die ganze Zeit schon kritisch gewesen sind, obwohl sie halt am Anfang von der Pandemie den gleichen Film geschoben haben, mehr oder weniger wie Karl Lauterbach selber. Das finde ich ein bisschen heuchlerisch, weißt du. Dann setzen sie sich da hin und hacken die ganze Zeit auf dem Rum, aber haben vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr noch den gleichen Scheiß verbreitet, den er auch verbreitet hat. Deswegen, das ist so ein bisschen heuchlerisch, ja. Da merkt man auch wieder, wie die Medien funktionieren. Die gehen halt da drauf, wo die gerade merken, okay, da kann man drauf gehen. Und das finde ich eigentlich nicht geil, sage ich dir ehrlich. Das ist Doppelmoral. Aber naja, wir gehen mal rein ins Video, wir gucken mal, was da verzählt wird. Auf entspannt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Let's get it on. Ein Rechtsanwalt zeigt nun den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach an. Mit den drei Vorwürfen der schweren Körperverletzung, der fahrlässigen Tötung und sogar des Mords geht er nun, Karl Lauterbach, vermeintlich an den Kragen. Was es mit diesen Vorwürfen dieses Rechtsanwalts auf sich hat, möchte ich im heutigen Video erklären. Mein Name ist Dominik Kettner und Lauterbach war immer der Erste, der noch lauter schrie, wenn es weitere Maßnahmen geben sollte, dass er härtere Maßnahmen fordert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Worte, wer bis März nicht geimpft oder genesen ist, der wird nicht mehr leben, also tot sein. Mit solchen Aussagen... Das ist halt krank, sage ich dir ganz ehrlich. Also was teilweise verbreitet wurde, die werden nicht mehr leben, die werden sterben und so. Das ist halt so eine heftige Angstmacherei, dass man es vielen Leuten, die sich nur aus diesen Informationsquellen bedient haben, nicht mal vorwerfen kann, dass sie da mitgespielt haben. Weil die haben ja nichts anderes gewusst zu dem Zeitpunkt. Das muss man auch immer versuchen, in Menschen reinzuversetzen. Deswegen ist es auch so, dass ich jetzt niemanden verurteile, der sich vielleicht impfen lassen hat und so. Was ich halt nicht cool fand, ist, dass die dann andere Leute geblamed haben, die das nicht getan haben. Weil jeder ist für sich am Ende des Tages selbstverantwortlich und diese Bevormundung in der Gesellschaft ist so eine Sache, die geht mir sowieso auf den Sack. Aber wie gesagt, man muss sich in die Menschen reinversetzen und man muss verstehen, dass die halt einfach nicht diesen Horizont hatten und nicht gesehen haben, was da eventuell hinten dran stecken könnte und einfach nur darauf gehört haben, was verbreitet wurde. Und das, was verbreitet wurde, das war sehr verstörend. Sehr, sehr verstörend. ...resierte er während der Pandemie und wir werden sie nicht vergessen. Ja, er verstieg sich sogar auf die Aussage, dass ohne eine Impfpflicht die Nicht-Geimpften das ganze Land in Geißelhaft nehmen würden. Also diejenigen, die hinterfragt hatten und vielleicht ihre Bedenken hatten, sind die Geißelnehmer in seinen Augen des deutschen Volkes. So, das waren wir. Hier, hallo, guten Tag, ich bin einer von denen auf jeden Fall. Wir wurden dafür nicht nur in die Geißelhaft genommen, sondern auch noch darüber hinaus extrem diskriminiert, auch von allen Seiten. Von Medien, von Politik und auch vom Volk. Und das ist eine Sache, die einfach extrem traurig war. Aber jeder, der sich dafür gerade macht am Ende des Tages, dem werde ich verzeihen, weil ich stehe für Liebe und positive Vibes. Aber das muss definitiv irgendwo aufgearbeitet werden, weil das kann einfach nicht wahr sein. Mit solchen polarisierenden Aussagen sorgte dieser Herr dafür, dass Deutschland nach wie vor gespalten ist. Doch nun reicht es, denn die Vorwürfe, die dieser Anwalt, den ich eingangs beschrieben habe, gegen Karl Lauterbach äußerte, sollen nun dafür sorgen, dass diese Hysterie ein Ende findet. Dass die Hysterie aber bei den Menschen nicht mehr ankommt, zeigt auch das Verhalten Karl Lauterbachs, der immer mehr in die Defensive geht. Denn beispielsweise die Deutsche Bahn hat nun seit Februar ebenfalls die Maskenpflicht abgeschafft. Und bei dem Konflikt, dass es um die Maskenabschaffung ging, war auch Lauterbach wieder ganz vorne dabei, der dies nicht gut hieß. Er hat auch bei ZDF wieder gesagt, das ist nicht lange her, eine Woche, zwei vielleicht, da hat er wieder gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Bro, lass doch einfach mal los, Digi. Lass doch einfach mal los. Ich weiß nicht, was in ihm vorgeht oder was dahinter steckt, warum er so besessen ist von dieser Pandemie und sich mit allem, was er hat, daran klammert, dass es weitergeht. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen die Aufmerksamkeit und diese Augen auf ihn, die er unbedingt behalten möchte. Keine Ahnung, Bro. Aber auch du musst irgendwann mal einfach loslassen. Karl, kommst du vorbei hier auch mal in den Love-Stream vielleicht rein? Machen wir mal schön gemütlich zusammen eine Meditation, ein bisschen Yoga. Lass einfach mal alles ein bisschen los. Ein bisschen Liebe, konzentrier dich auf deine Familie, wenn du eine hast, auf deine Frau, auf deine Kinder und hör auf mit der Scheiße. So, irgendwann ist auch vorbei. Irgendwann ist auch vorbei. ...fordert, dass sie auch weiterhin in der Bahn Maske tragen, wie er dies tut. Lauterbach musste sogar eingestehen, dass er Fehler gemacht hat und sagte konkret dazu, diese drakonischen Maßnahmen, Ausgehverbote, also Masken tragen an der freien Luft, Kinderspielplätze draußen abriegeln und dergleichen, das sind Dinge gewesen, die würde man heute nicht mehr machen. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin, Herr Lauterbach, ich glaube Ihnen kein Wort. Und das... Fühle ich, feiere ich, bin ich auch genau derselben Meinung. Ich denke, Lauterbach wäre wieder der Erste, der für solche Maßnahmen plädieren würde, falls irgendeine Krippewelle wieder auf uns zukommt oder irgendwas auf uns zukommt, was er genau dafür nutzen kann. ...lauterbach auch 0,0... Aber ich würde da nicht nur die ganze Zeit Karl Lauterbach blamen an der Stelle, sondern die ganze gesamte deutsche Politik hat einfach einen schlechten Job gemacht in dieser Zeit. Die Medien und die Politik. ... Verantwortung für seine Fehlentscheidungen zeigt, zeigt das Verhalten, dass ihm ein Rücktritt fernliegt. Hier ein Bild, als Herr Lauterbach mit dem Privatjet der Bundesregierung gerade nach Davos reiste, um sich dort mit den Klimaeliten über den Wandel der Welt zu unterhalten. Er versteckt sich also stattdessen hinter den Aussagen, dass die Wissenschaft die Politik falsch beraten hätte und das, woher Lauterbach sich immer als den Oberwissenschaftler der deutschen Bevölkerung gegenüber verkauft hat. Und in der Vergangenheit distanzierte sich Lauterbach mehrfach öffentlich vor den maßnahmenkritischen Wissenschaftlern. Ja, er ließ diese nicht mal zu Wort kommen. Im Gegenteil, er sagte etwa über Wissenschaftler wie den Kritikerprofessor Wolfgang Wodag. Chief Wodag, Dicker. Einmal Herzen in den Chat für Dr. Wolfgang Motherfucking Wodag. Das Motherfucking ist jetzt... Ja, du weißt schon ganz genau, wie ich das meine. Das ist meine Sprache auf jeden Fall. Wodag, get in, man. Ich feier den Mann extrem. Dass es blanker Unsinn sei, was er von sich geben würde, all diese Menschen hat man in der Öffentlichkeit nicht zu Wort kommen lassen. Nein, es gab nur noch eine Sicht, wie die Twitter-Files auch zeigten, dass genau während der Entscheidung, ob die Impfung für jemanden gut oder auch nicht gut ist, Wissenschaftler auf den sozialen Medien mundtot gemacht wurden, respektive eingeschränkt und zensiert wurden. Was dem gleichkommt, dass wir eine Zensur gesehen haben bei wissenschaftlichen Stimmen. Und dies ist in meinen Augen ein Vorwurf, der durch nichts zu entschuldigen ist. Definitiv. Hundertprozentig. Das ist auch eine Sache, wo ich sage, da müsste sich die Politik auch mal wirklich gerade für machen. So. Scholz, wenn du wirklich Bundeskanzler bist, dann nimm mal deine Eier in die Hand, stell dich mal vors Volk und sag, dass sowas in der Zukunft nie wieder so laufen darf. So. Du kannst nicht eine Seite der Medaille komplett ausblenden und nur eine Meinung ist richtig. Das kannst du nicht machen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das hat auch nichts mit, ja, mit dem Deutschland zu tun, was ich liebe so. Das ist einfach nicht korrekt gewesen. Und dafür muss man sich gerade machen. Wenn das nicht getan wird, wird doch die ganze Bevölkerung das Vertrauen in dich und deine Politik verlieren. Was sowieso schon einen Großteil getan hat. Und deswegen der Einzige, ich weiß nicht, das Einzige, das Einzige, was helfen kann, ist, dass Leute sich endlich anfangen, gerade zu machen für die Scheiße, die sie verzapft haben. So. Das ist das, was bei dem Volk vielleicht noch ankommen könnte. Dass man wieder ein bisschen Vertrauen gewinnt, so. Aber das ist, glaube ich, das kann man nicht erwarten, glaube ich. Leider. Die großen Vorwürfe des Rechtsanwalt Schmitz wiegen enorm schwer. Er wirft schwere Körperverletzungen, fahrlässige Tötungen und sogar Mord vor. Doch eines vorweg. Ich mache mir die Vorwürfe des Rechtsanwalts nicht zu eigen. Im Gegenteil, ich gebe diese Vorwürfe hier nur wieder. Für den Fall, dass man uns aufgrund dieser Tatsache angreifen möchte, möchte ich auch ganz deutlich werden, dass etwa bezüglich der Nebenwirkungen der Impfstoffe meinerseits keinerlei Aussagen getätigt werden, sondern diese nur zu Informationszwecken wiedergegeben werden. Ja, wir befinden uns heute in Zeiten, in denen auch ich mich derart absichern muss, damit man uns dadurch nicht angreifen kann. Doch noch eines vorweg. Am 15. Februar um 19 Uhr wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Denn dort werde ich unsensiert sprechen können. Anders, als es hier in den sozialen Medien passiert. Denn gemeinsam mit Ernst Wolf werde ich zum Schicksalsjahr 2023 unserem gemeinsamen... Ah, das war, was wir uns reingezogen haben. Das Interview mit ihm und Ernst Wolf habe ich noch gar nicht hochgeladen. Wo es um Davos und das WEF geht. Oh, wichtiges Video. Muss ich auf jeden Fall noch fertig machen und hochladen. Guter Mann auch, der Ernst Wolf. Für die Leute, die ihn nicht kennen, checkt den auf jeden Fall mal aus. Sehr krasses Wissen, der Bruder. Und Ernst müssten wir eigentlich auch safe, safe zu einem Talk hier in unseren Chat reinbekommen. Na, da muss ich auch mal dran arbeiten. Definitiv auch einmal notieren. Wolle. Wolle muss in den Chat kommen. Webinar darüber sprechen, warum die Dinge passieren, wie sie passieren und was sich im Jahr 2023 auftut. Es ist extrem wichtig, dass Sie sich vorbereiten auf finanzielle und auf ganzheitlicher Ebene. Ansonsten werden die meisten Menschen... So mal nebenbei, ein bisschen off-topic, aber Videoschnitt und Location von dem BRUF hier gefällt mir sehr gut. Oder, Freunde? Doch zurück zum konkreten Vorwurf des Rechtsanwalts gegenüber Karl Lauterbach, also dem deutschen Gesundheitsminister. Denn er wirft ihm vor, dass durch die Aussage Karl Lauterbachs Menschen davon abgehalten wurden, sich ausgiebig über die Nebenwirkungen der Impfung zu informieren. Denn in der Rolle eines deutschen Gesundheitsministers strahlt er eben auch eine Verantwortung und ein Vertrauen aus, welches Menschen dazu bewegt, ihm als Politiker und Lenker des Landes zu glauben. Es soll also so gewesen sein, dass es Menschen gab, die der Autorität von Karl Lauterbach während der Pandemie glaubten, obwohl er zu diesem Zeitpunkt angeblich schon Daten gehabt hätte und Daten bekannt gewesen sind, die die Wirkungslosigkeit und die Schädlichkeit belegt hätten. Der Rechtsanwalt schreibt dazu konkret Folgendes. In der Welt, in der ich lebe, wird das Verhalten von Menschen, die mir eine potenziell lebensgefährliche Spritze wissentlich und willentlich als nebenwirkungsfrei und wirksam verkaufen wollen, jedenfalls als feindselig interpretiert. Ist so. Aufgrund dieser irreführenden Erklärungen haben sich die Menschen in diesem Land in Sicherheit gewogen, sodass sie nicht des Umstandes bewusst waren, dass diese Covid-19-Injektionen in einem schweren Angriff auf ihre Gesundheit und ihr Leben gleichkommen können. Der Anwalt zieht die Impfkampagne aus der Pandemie also als einen hochgefährlichen Feldversuch mit einer hochexperimentellen und vor allem vollkommen neuen Technologie. Dieser Vorwurf wiegt enorm schwer. Dass uns das nicht gesagt wurde, weißt du, was ich meine? Das ist doch krank, dass die das einfach als normale Impfung verkauft haben, wo die gesagt haben, ja, das wirkt und das ist nebenwirkungsfrei. Das muss man sich mal reinziehen. Obwohl die das Ding noch nie vorher auf so viele Menschen, also diese Gentherapie, mRNA, noch nie vorher an so vielen Menschen getestet haben. Das war ein einmaliges Ding. Dass das nicht einmal so mitgeschwungen ist wenigstens, dass Leute anfangen, sich zu informieren. Und ich bin gespannt, ob sich Karl Lauterbach überhaupt dazu ergötzen wird, dazu Stellung in der Öffentlichkeit zu nehmen. Oder ob man diesem Thema keine weitere Aufmerksamkeit schenkt, wovon ich noch viel stärker ausgehe. Zudem habe der Meinung des Anwalts nach vor allem auch die STIKO versagt. Die STIKO, also ein Gremium von ehrenamtlichen Medizinern, das sich auf Basis einer Nutzen-Risiko-Abwägung dazu bewogen hat, eine Abwägung auszusprechen, ob sie sich impfen lassen sollen und für welche Altersgruppen dies galt. Diese Empfehlungen waren dann wiederum Grundlage, welche Impfungen von den Krankenkassen bezahlt wurden und von den staatlichen Stellen empfohlen wurden. Diese STIKO hat also dann die Impfung für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren empfohlen. Ja, richtig. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere nicht mehr. Und der Rechtsanwalt sagt dazu auch, dass die STIKO hätte von Nebenwirkungen wissen müssen. Möglicherweise hätten STIKO-Mitglieder finanzielle Interessen an einer Zulassung gehabt. Dazu sagt der Anwalt Folgendes. Wenn die STIKO in ihren Empfehlungen wiederholt über die eindeutige Faktenlage hinweggegangen ist, dann bestätigt das nur die Korrumpierung dieser STIKO. Einige ihrer Mitglieder unterhalten bekanntlich ausgezeichnete Kontakte zur Pharmaindustrie. Kein Gemeinderat dürfte unter Wirkung eines befangenen Ratsmitglieds abstimmen. Die STIKO ist übrigens beim RKI untergebracht und das RKI unterliegt wiederum dem Bundesgesundheitsministerium und unseren Gesundheitsminister, über den sprechen wir hier die ganze Zeit. Dass die Vernetzung also gegeben ist, dürfte jedem klar sein. Als Fazit bedeutet dies also, dass eine Anklage... Leider nicht. Dürfte jedem klar sein. Ist es aber leider, glaube ich, noch nicht. ...war meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich ist, doch der Vorwurf erst einmal von der Hand gewiesen werden muss. Die Frage ist also, wird es einen Staat... Auch, dass die von der Leyen zum Beispiel Impfdosen-Deals mit dem Chef von Pfizer per SMS geklärt hat. So, das sind alles Dinge, die sollte man heutzutage wissen. Aber ich glaube nicht, dass die in der breiten Masse angekommen sind, wenn ich das so... Wenn ich so gucke teilweise, was Leute immer noch... ...Anwalt geben, der mutig genug ist, sich dieses Sachverhaltes anzunehmen und gegenüber dem Bundesgesundheitsminister zu klagen. Einer schreibt gerade, es gab doch sogar Big Mac sogar dazu und Bratwurst. Ja, Bro, in Amerika wurden teilweise Häftlinge, die sich impfen lassen haben, Haftstrafen erlassen, sind früher aus dem Knast gekommen und so. Also, der Anreiz für Leute wurde extrem hoch gemacht, dass man sich das reinfetzt. Und auf der anderen Seite auch genauso der Druck auf die Leute, die eventuell skeptisch sind und das nicht machen wollen, war ja auch extrem. Also, der Druck war extrem. Also, man musste echt stark sein in diesen Zeiten, sich nicht impfen zu lassen und als ungeimpft weiter ganz normal im Leben stattzufinden. Viele haben deswegen ihren Job verloren. Viele wurden deswegen ausgegrenzt. Viele haben Streit mit ihrer Familie bekommen. Viele wurden gecancelt und beleidigt. Also, es war einfach nicht einfach, die Zeit zu überstehen und so. Denn die Stadt... Habe ich heute mit meiner Tante auch wieder drüber geredet. So, das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Meine Tante, so ein gutes Herz, so ein großes Herz und immer korrekt und immer nett und so. Die kümmert sich auch um Kinder und so, weißt du, in ihrem Job. Und, ja, die hat sich einfach schlecht gefühlt, weil sie skeptisch war, weil sie sich nicht hat impfen lassen. Hat die sich einfach eine ganze Zeit lang schlecht gefühlt, als ein schlechter Mensch gefühlt. Und das war nicht, weil sie sich als schlechter Mensch gefühlt hat, sondern weil alle um ihr herum ihr versucht haben einzutrichtern, dass sie ein schlechter Mensch ist, wenn sie sich nicht impfen lässt. Und das ist krank. Anwälte sind nun weisungsbefugt. Und dies bedeutet wiederum, dass der Justizminister Staatsanwälte dazu anhalten kann, Ermittlungen einzustellen. In meinen Augen wäre es allerdings in Zeiten wie diesen zu begrüßen, dass Anwälte das Verhalten diverser Politiker im Amt rechtlich prüfen lassen, speziell rückwirkend im Verhalten während der Pandemie und der Lockdowns und all dessen, was den Menschen in dieser Welt dadurch geschehen ist. Gutes Video auf jeden Fall an der Stelle. Shit, ich habe vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Ein Rechtsanwalt zeigt nun den deutschen Gesunden... Däumchen nach oben ist auf jeden Fall am Start. Ich küsse euer Herz. War ein gutes Video, finde ich. War ein gutes Video. Ich bin gespannt, was da jetzt draus wird aus dieser Klage. Ob das fruchtet nicht, ob das ankommt oder nicht, ob das Wirkung trägt, ob da wirklich auch was passiert. Das ist immer so die Frage. Weil auch das Justizsystem in Deutschland leider ein bisschen... Was soll ich dir sagen? halt auch nicht mehr so gut funktioniert an der Stelle. Also, wenn das nicht mehr so gut geht, was soll ich es nicht mehr so gut geht... oder was soll ich den... Ich bin ja nicht mehr so gut. Ich bin ja nicht mehr so gut,